Ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt zum Thema Mario Götze, Mario muss am Ende des Tages die Entscheidung fällen. Natürlich sind auf seiner Position, gibt es große Konkurrenz, aber seine Vertragslaufzeit ist bekannt, er hat noch zwei Jahre Vertrag und er hat dem Klub mitgeteilt, dass er eben hierbleiben möchte, dass er sich da durchsetzen will in diesem Jahr und dazu wünsche ich ihm persönlich viel Glück. Wenn keine neue Initiative von ihm kommt, ist der Deckel drauf, ja.